Das ist Dakaria und das ist ihre Schwester Sylvania. Sie sind neu in der Stadt. Aufwachen, Fledermäuschen. Das ist voll super hier. Wir sind ihre neuen Nachbarn, Familie Teppisch aus dem dunklen schaurigen Transylvanien. Hallo. Was ist der denn? Und plötzlich gelten jede Menge neue nervige Regeln. Kein Fliegen bei Tageslicht. Keine Nebenmalzeiten. Kein Einsatz übernatürlicher Kräfte. Ich bleibe hier keinen Tag länger als nötig. Wir sind halb Mensch, halb Vampir. Endlich können wir richtige Mädchen sein. Wir können uns schminken, eine beste Menschenfreundin finden, vielleicht sogar süße Jungs kennenlernen. Ich will keine neuen Freunde. Ich war kein Heinz. Du verstehst mich. Vorsicht! Das wird ein vampirolaktischer Spaß. Voll krass. Dass ihr nicht normal seid, ist sowas von klar. Warum kann ich kein Mensch sein? Sie haben einen Wunsch. Ich erfülle ihn. Das ist es. Das muss doch ernst sein. Helene ist unsere einzige Chance. Vielleicht helfe ich euch. Aber nur unter einer Bedingung. Ihr müsst mir euer Geheimnis verraten. Schicken Sie sofort einen Sondereinsatzkommando. Meine Nachbarn sind Vampire. Eine ganze Vampirfamilie. Hallo? Nach den Bestellern von Franziska G. Zeigt euer Vampirzähnchen. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht in größter Not wären. Vampirpack! Die Vampirschwestern. Bald im Kino.